Oh, guck mal, da sitzt noch einer vor, deiner Frechstatt. Falls mich jemand braucht, ich mach wieder meinen Lagen in Toben. Ja, aber vorsichtig, da sind viele Fahrradfahrer unterwegs. Guck mal, da liegt doch mal so eine andere Schale. Die Eier werden ja ein bisschen anders aufbremst, oder? Hallo Frau, war ein kleiner Eier. Oh, guck mal, da guckt so ein Schnabel unter dem Flügel vor sich. Sieh, 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 sieh. Zwei Schnabel. Ich weiß nicht. Vielen Dank.